hallo ich bin echt gespannt was sich dort geändert hat also was früher anders war als es heute ist auf jeden fall erstellen wir jetzt eine neue welt kann ich mal löschen das waren eigentlich testwelten eigentlich nur dafür deswegen erstellen wir noch eine ist auch 1.0.0 survival wird options ja mal so lassen und ja eine neue welt so leute wie ist denn jetzt da und man merkt die alten sounds die alten gras und sind acht okay oha das fiel ich echt geil an also die sounds sind echt geil oh ja die sounds sind geil so leute auf jeden fall wenn ihr euch fragt warum oben und unten so ein schwarzer balken ist das liegt daran dass diese version noch keine vollbildversion hat beziehungsweise wenn ich jetzt hier auf settings gehe und auf video settings das game stürzt einfach ab ich kann nichts ändern es ist halt so und ihr müsst halt jetzt damit umgehen dass es um und eine schwarze rand ist so leute dann kroppen ich bin steve ich bin steve okay auf jeden fall wo bin steve was mach ich denn so hol ich mal alles hier und oha es gab es doch nicht ok man kann es also nicht schnell machen aus immer einzeln klicken so früher weiß ich noch das schwert war stärker als die axt deswegen mache ich auch gerade keine axt aber ich merke auch wurden das wort sprachen lernen double wo ist ein toller tollerhuhn oha leute alte textur alte fleischtextur oh ich merke was ganz wichtiges man kann nicht sprinten ich drücke gerade die ganze strg das geht nicht oder das sneaken aber das man kann einfach nicht sprinten in dieser version oha das hätte ich gedacht ok das ist krass by the way leute wenn ihr davon ein mini projekt sehen wollt könnt ihr jetzt gerne in die kommentare schreiben ab 5 likes merke ich dann dass ihr daran interessiert seid sprachen lernen double ihr müsst halt nur noch in die kommentare schreiben wie gesagt und dann macht so ein mini projekt und versuche dann in dieser version den endertag zu besiegen falls es den dort schon gibt ich denke schon auf jeden fall hoffe ich dass man das game in dieser version schon durchspielen kann und ich verstehe aber nicht warum die musik jetzt gerade nicht abgespielt wird denn ich habe musik auf 100 und irgendwie wo ist die musik ich muss uns musik nach hinein hinzufügen leute die gab es laber ich verstehe mich selber nicht die musik gibt halt den nostalgischen habe ich gerade die truhe gesehen so ich mache jetzt komplettes steinequipment mit axt und so so axt axt schaufel ne schaufel nicht oh eisen nice ok ok ich hoffe das ist ein eingang zu einer höhle der damaligen zeit denn da zur damaligen zeit gab es noch keine richtigen caves ok ne doch nicht ich glaube es noch keine richtigen caves nur noch nur so die kleinen höhlen obwohl die eigentlich man manche waren recht groß aber jetzt gibt es halt noch größere und hier gibt es halt nur die kleineren oh oh shit alter ist es laut die sound of the cave sind anders laut So, jetzt haben wir Grundumscheine für den ersten Ofen und wir bekommen, okay, Musik kommt. Oh, boi, es gibt Gänsehaut. Oh, Eisen. Vier Eisenbahnen. Schilde weiß ich, gab es noch nicht dort. Was gab es dort, was man vier Eisen machen kann? Degelst du, die Junge, ich kann doch einfach eine Eisenspitze machen, anstatt irgendwas anderes, ey. Oh, Eier, danke. Okay, Leute, hier, oh ja, hier kann wieder was sein. Hier kann wieder was sein, hier kann was Gutes sein. So, ich mach mir einen Eimer. Damit ich gleich da unten hingehen kann, ohne Falldamage zu bekommen. So, Schuhe, rein da. Okay, leider kein Achievement. Schade, okay, schade. So, so. Ah, nee, mir fehlt Holz. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bevor ich mich gleich hier Creeper attackiere, muss ich echt mal pennen gehen. So, erst noch haben wir geschafft. Im Bett lasse ich hier, fürs Respawn. So. Und, ich würde sagen, wir gehen dann mal in diese Höhle rein. Oh ja, da hab ich gerade einen Zombie gesehen, Leute. Ich hab gerade echt einen Zombie gesehen. Aber Eisen auch. So. Und rein da. Oh, diese alte Wassersound, diese alten Sounds. Komm her, Tommy. Gut, wir Eisen. Ähm, okay. Weiter geht's. Wie, warte mal. Die war auch ne Enttäuschung. So, Leute, ich bin jetzt draußen, aber ich finde echt keinen einzigen Eingang zu einer Höhle, wo andersweise Lava oder so ist, wo wir halt Diamanten finden können. Deswegen würde ich sagen, ich beende das Video. Also, wenn ihr ein Projekt, wie gesagt, hier in dieser Version 1.0.0 sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da, ab 5 Likes kommt der nächste Part und schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr ein Mini-Projekt sehen wollt. Und ja. Tschüss, Kollege.